Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies und ich stelle nochmal gerade den Ton ein bisschen leiser äh, wir machen endlich mal weiter wir machen endlich mal weiter hat ja lange genug gedauert jetzt ähm, und joa, wir machen direkt, warte hier wir haben Nacht, das heißt wir brauchen die Pilze diesen brauchen wir, diesen brauchen wir brauchen wir den? ja, ja, nee, warte mal den brauchen wir auf jeden Fall, den brauchen wir den brauchen wir ja, nicht so nee, brauchen wir eigentlich nicht den bräuchten wir, den bräuchten wir zur Not und den bräuchten wir reicht das? kann man das? oder brauchen wir den ich nehme einfach mal den aber den brauche ich eigentlich auch nicht, wenn ich das Lallypad habe ich würde den hier gerne noch mitnehmen äh, wir machen, wir nehmen den noch mit der ist nämlich cool so, dann schauen wir doch mal ready, set, plant zack gleich direkt von Anfang an ähm, gucken, dass wir genug Sonnenlicht haben wie eh und je und die hier können wir direkt aufpflanzen weil die sind ja kostenlos und bringen uns eigentlich von Anfang an direkt mal so ein bisschen was zombies are coming oh Gott, da kommt der erste Zombie auf welcher Länge kommt er denn? man kann ihn noch nicht sehen ich hoffe mal er wird gleich erscheinen also meinetwegen könnte er auch wegbleiben aber naja huch was war das denn jetzt? ich habe gerade irgendwas platzen gehört oder bin ich bin ich doof? so können wir schon die zweite Lane anfangen hier cool jetzt haben wir schon hier vier hier unten müssen wir jetzt noch jawoll die waren gut gesetzt wir haben zwei Waves das heißt wir müssen uns eigentlich nicht auf so viel einstellen Aber ein bisschen was wird trotzdem kommen. So, Sunshroom, immer Sunshrooms pflanzen. Das ist ganz wichtig. Da oben kommt der Nächste. Okay. Da oben kann man das immer so ein bisschen durchscheinen sehen hier. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder gewollt ist. Ich denke, es ist gewollt. So, hier unten haben wir hin. Und dann können wir auch bald schon... Ich würde gerne die vordere Reihe... Ja, die vordere Reihe würde ich gerne durch die Kakteen ersetzen. So, können wir hinten gleich nochmal ein paar neue Sunshrooms machen. Hier muss noch einer hin. Liley Pits brauchen wir auch. So, ja, nächstes Mal. Da kommt doch genug Sonnenlicht jetzt gerade schon mal zusammen. Das geht doch super. Oh, und da machen wir mal den hier. Yes. Das sollte so funktionieren. Oh, wir brauchen mehr Sonnenlicht. Ohne Scheiß. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach ihn platt. Dankeschön. Ah, wir brauchen mehr Sonnenlicht. Und der erste Pilz ist schon mal gewachsen. Das bringt uns weiter. Das bringt uns weiter. So, und jetzt brauchen wir den ersten Kaktus. Würde ich mal so annehmen. Sonnenpad können pflanzen. Sonnenpad sage ich schon. Lileypad. So, ich weiß gar nicht, wie das in... Mir fällt gerade nicht ein, wie das in Deutsch heißt. Hm, ach, ist ja Quatsch. Ah, nein. Oh, shit. Oh, shit. Hier muss das Ding hin. Danke. Ja. Erster Kaktus versaut. Ganz großes Kino. Aber gut, wir bekommen ja nicht genug neues Sonnenlicht. Pilze sind voll angepflanzt. Können wir den hier wieder hinstellen? Ja, das ärgert mich gerade ein bisschen, dass er weg ist jetzt. Äh... Die Tail Tallnut müssen wir auch wieder aufstehen. Die kriegen die so down. Ist das einer mit Kopf? Nein. Also mit, äh... Mit Head. Warte, jetzt frisst er hier das Nüsschen an. Blöder Typ. Blöder Typ. So. Da kommt schon der Erste. Auf dem Wasser. Aber er hat nicht lange überlebt. So, Nüsschen können wir anpflanzen. Wer kommt denn da? Oh Gott. Ähm... Panik. Panik. Reins. Panik. Ähm... Ja... 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 Können wir die... Oh Gott sei Dank. Okay. War gerade etwas unglücklich gelöst. Aber naja. Äh... Hier noch ein Nüsschen hin. Hier muss der nächste Kaktus hin. Weil die Kakteen machen eigentlich erfahrungsgemäß relativ viel Schaden. A huge wave of zombies is approaching. Okay. Das war natürlich jetzt wieder... Critical. Aber... Eigentlich haben wir schon... Überall... Das was wir brauchen. Das was wir brauchen. Delfin-Zombies habe ich nicht gesehen. Äh... Ich hoffe mal ich irre mich jetzt noch nicht. So. Hier muss auch einer hin noch. Zack. Zack. Und ihr seht diese... Ich habe Delfin-Zombies gesehen. Oh... Das darf ja nicht wahr sein. So. Komm schon. Bubble-Dot-Zombie down. Bubble-Dot down. Bubble-Dot. Zombie. 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 Down. Okay. Wow. Das war knapp. So. Hier muss noch ein Tornat hin. Jetzt können wir schon in der zweiten Reihe anfangen. Denn die sind sehr effektiv. Weil... Jetzt bringen die kleinen Mushrooms gar nichts mehr. Auf die Entfernung. Das ist natürlich... Nämlich. Aber... Wir können sie jetzt nochmal auspflanzen. Ich hoffe das war jetzt keine schlechte... Entscheidung. So. Hier hinter können wir noch ein Leidepad setzen. Und hier muss das letzte Nüsschen hin. So. Haben wir das auch. Jetzt kann es eigentlich nichts mehr was anhaben. Das Nüsschen da oben müssen wir dann vielleicht... Wenn das wieder... Aufgeladen ist... Müssen wir das hier mal austauschen. Kriegen wir aber alles hin. So. Hier Kakteen. Und hier unten noch zwei Kakteen. Und dann ist alles gut. Dann haben wir es doch. Hinter können wir den Chomper setzen. Chomper. Hier noch ein Kaktus. Oh, eine Goldmünze. Hab ich was übersehen. Siehst du. Wenn man nämlich die Goldmünze hier nicht einsammelt... Dann... Äh... Gehen die verloren. Gerade noch mal was getrunken. Na gut. Das Getränk. Ich muss noch ganz kurz mal... Ich denke mal das Spiel war ein bisschen zu laut. Vielleicht ist es auch nur bei mir auf dem Board zu laut. Ich hoffe aber mal, dass es funktioniert. So. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Haben wir alles. Ich hasse diese Delfine-Summis, ne? Ganz ehrlich So Ach, jetzt hab ich da so ein Fenster rausgeflickt Hey no So, mach mal nicht solche Sachen Ich gucke übrigens nebenbei Nehme ich grad noch auf Zander Stream grad noch Seinen 24 Stunden, äh 100 Abonnenten-Livestream Schau ich grad nebenbei noch hier Schau ich auch gestern schon seit 18 Uhr Und es ist jetzt 17.29 Ich denke mal, ne Quatsch, die erste Folge kann ja heute gar nicht mehr rauskommen Oder doch Vielleicht trau ich auch die erste Folge heute noch raus, weil jetzt so lange nichts kam Äh, schau ich mal Jedenfalls ist jetzt grad der 100.000 Abonnenten-Livestream Und ist ganz lustig eigentlich Kann ich nur empfehlen Wenn er nochmal einen macht Könnt er mal vorbeischauen So Okay Ja, zur Final Wave alles fertig bekommen Wir sind geil So Sieht irgendwie so aus, als ob ich ein bisschen übersteuere Aber Irgendwie Macht der Sound sowieso Momentan Probleme So Die haben das Nüsschen geplättet Glaubst du das? Die haben mein Nüsschen platt gemacht Ein Taco Ein Taco Ja 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 Take a look around my shop You'll notice I got some new items in stock Okay, er hat neue Sachen für uns Gylon These pool cleaners Add an extra line of defense on levels With the pool Ähm Okay Extra line of defense Hm Hm It lasts first level Ähm Ich hätte gerne den neunten Slot Aber da müssen wir noch ein bisschen sparen Plant these on your sunflowers To turn them into twin sunflowers Twins Slash Blablabla Naja egal Äh Ja gut dann Würde ich mal sagen wir sparen auf die neun Slots Also Wär jetzt so Me and my buddy Harve have flex casted used to break vs. when we are bored In another Harvee So you're coming with me Harvee Number 2 Okay Ich soll die Vasen zerbrechen Perfekt Gehen wir hier hin? Hm Okay Ach er ist ja drauf gesteppt Genau So Das war ja jetzt schon mal relativ easy Pupp Der wird auch geplattet Der auch Das war ja easy Boom Na komm Zack Kopf Man Man You broke those verses nice and good Broke them like the time I broke my back digging through those trash cans Okay Gotta be careful about breaking them too fast You don't wanna end up with more zombies than you can handle Ja da hast du recht Äh Zack Ich hätte gerne noch äh diesen 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 Mh Okay Dann kriegen wir auch noch Diesen raus Diesen raus Eigentlich brauchen wir den gar nicht mehr aber okay Blub Dankeschön All right You should be the last of them Break these and you'll be all done Okay Ganz hinten Direkt davor Tja Ähm Da hin Da hin Ich weiß gar nicht wo ich die Äh nicht mal so ein Football Zombie hätte Ähm Ich hätte gern Okay Das ist gut Dann frisst der jetzt das Äh Ach du Scheiße Äh Smash Nein Rasenmäher Ja gut Rasenmäher Yolo Geil Twin Shooter Oh Gott Jetzt weiß ich was kommt Ach Nochmal kurz was getrunken Split P Shoot P's Forward and Backward Ähm Schwierige ist Jetzt kommen Die Minen Minentypen Und Äh Wollen unseren Vorgarten ein bisschen umgraben Das werden wir aber in der nächsten Folge sehen Wir haben 15 Minuten fast Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut Auf Wiedersehen Tschüss